Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Among Us. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr Bock habt auf mehr. Und ich wollte euch auf dem Laufenden halten. Die ersten Mini-Palutens sind jetzt schon in Deutschland gelandet. Falls ihr selber noch einen haben wollt, schaut gerne mal auf paluten.shop vorbei oder auf paluten.store. Den Mini-Paluten gibt es mit einer persönlich von mir unterschriebenen Autogrammkarte. Der Link zum Shop ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt habe ich genügend gelabert. Viel Spaß mit einer neuen Folge Among Us. Nein, ich bin arm. Du hast mir weiß geklaut. Ja. Ich bin in der Farben-Sneaker. Hey, Bello ist mein Braun. So, jetzt geht es los, Alter. Hier, neue Map. Aber die kenne ich schon. Aber ich bin... Hä? Wo war das denn jetzt? Da laufen sie wieder alle an mir vorbei. Was sind denn das jetzt für Aufgaben? Ist ja hier das Gleiche. Das sind ja auch die Kabels. Wo ist was? Oh, oh, Maxi. Wir gehen zusammen. Ich vertraue dir. Wir arbeiten oft gegeneinander, aber jetzt bilden wir ein Team. Palmexify. Palmexipie. Palmexipie. Nee. Ah, scheiße. Nee, jetzt mach nicht diesen. Palmexipie? Oh, da kam ein Straubeli. Was ist das denn jetzt hier? Ja, bitte? Also, okay. Ich hatte Angst. Warte mal, wie heißt der Raum, wo ich reingelaufen bin? Da, wo diese komische Pflanze ist, die man verurscht. Neben Cafeteria links auf jeden Fall. So ein kleiner Raum. Bei dem ging es doch auch nicht rein. Mit Paluten. Und ich hatte das Gefühl, er wollte mich kehren, okay? Nee, nee, nee. Dann ist Paluten einfach rausgelaufen, ohne einen Task zu machen, okay? Ja, weil ich da keine Task hatte. Also, ich habe eben die ganze Zeit darüber geredet, dass ich jetzt, wie unser Shipping-Name wäre, Palmexify oder so. Und ich wollte diese Runde mit dir eine Einheit bilden. Okay, dann skip ich. Darf ich kurz einwerfen, dass Paluten vom Licht weggelaufen? Also, als die Lichter gefixt werden, muss das Paluten weggelaufen. Ich habe alle Folgen bei Paluten gesehen. Der geht nicht zu diesen Aufgaben. Okay. Ja, das ist auch eine neue Umgebung jetzt. Da muss ich auch erst mal reinkommen. Wer hat es denn gefixt? Komme und Mordado, ne? Nee, nee, nee. Ich war der Reaktor. Ich muss auch umgedreht werden, dass Licht aus war. Ich habe gesehen, wie er rückwärts an mir vorbeigelaufen ist. Maxi, lass uns zusammen. Ich vertraue dir. Ja, okay. Leute, wenn ich sterbe, ihr wisst das es. Was ist denn da los mit den Leuten? Ich weiß jetzt aber, dass die Leute dann direkt da so sagen, ja, du bist das, du machst jetzt hier, äh, was? Achso, C3. Ich bin ja, ah, Leute, jetzt da den Schokodring. Task completed. Maxi, fall. Oh, nein. Ich dachte, ich hätte ihn erwischt, dass er da wendet. Aber da hat er sehr schnell die Task gemacht. Also, ich würde sagen, Zombie, der ist schon ein bisschen suspicious. Da geht mein Radar an. Wenn ich hier einfach... Hier ist schon wieder einer reingegangen. Die ist doch gerade die Tür aufgegangen. Jetzt bin ich natürlich hier ganz alleine. Ich habe Maxi, falle ich schon verloren. Ah, Zombie hätte den Kill machen können. Was ist Admin? Ah, Reaktor, Medbay. Ah, ich bin jetzt hier alleine. Oh, da, Reaktor sind zwei. Ach, guck mal, wie geil das ist. Das kenne ich ja gar nicht. Ich kann mir jetzt genau angucken. So, zwei Labor. Niemand kommt zu mir. Das... Oh, nee. Was ist denn da passiert? Warum sind jetzt Labor ganz alleine? Jetzt... Was ist das denn? Warum sind ja plötzlich alle... Das ist zu viel für mich. Ich mache kurz meine Aufgabe. Bam. Oh, nee. Das ist jetzt aber... Ah, das ist Maxi-Fai. Komm mit Maxi-Fai. Ich mache hier meine Aufgabe. Okay, Leute. Ich habe Angst. Vor wem? Immer noch keiner tot. Es ist immer noch keiner tot. Die ganze Situation. Da oben im Reaktor, wie alle waren. Ich habe kurz gedacht, Strawberry wäre verschwunden, weil sie eine andere Farbe hat. Das vertraut mir Maudado nicht. Jetzt ist gleich die Kernschmelze am Gang und wir sind am Brunnen. Ich hatte Angst vor dir. Das ist die Farbe, Bello. Braun hast... Maudado hast braun irgendwie. Das stimmt nicht. Ich habe sogar kurz gedacht, wo bist du hin, weil deine Farbe anders war. Ich habe gedacht, hä, bist du rausgewendet? Wo bist du hin verschwunden? Ich bin braun. Wintercracker wirkt sehr suspekt, möchte ich noch sagen. Und jetzt weiter. Aber interessant das Zombe. Ich finde eher das Zombe. Maxify, komm mit hier. Wir gehen hier oben. Palmaxify, Alter. Unser neuer... Hier, komm. Das ist unser... Unser Varro-Team. So, ich mache hier meine Aufgabe. Jetzt mach mich nicht kalt, Maxify. Mach das nicht. Wir sind doch jetzt ein Shipping-Team. Das war's mit Menjel und Palello, Alter. Das war's mit Menjel und Palello, Alter. Das war's mit Menjel und Palello, Alter. Wir sind beide glücklich. Neuer Freund. Wir sind Freunde. Lull. Scheiße, links ist wichtig, du. Scheiße, wir müssen weg, die Änderung. Nein, nein, nein. Doch, muss sie werfen. Wenn ich jetzt Mörder werde, dann back ich dir eine zweistöckige Torne. Oh Gott, Bibel. Ja, scheiße. Der ist ständig krank. Nein. Um Gottes Willen, Alter. Die beiden Kott-Brüder, die bleiben schön zusammen. Hier, ich muss Richtung Süd. Menjel, Pal. Komm doch. Ja, okay. Okay. Dann mach hier oben deine Aufgabe. Ne, was? Dann komm... Dann darf ich jetzt... Ne, dann komm doch jetzt... Komm du mit. Ja, ich kann doch jetzt nicht die Aufgabe hier oben. Okay. Das ist deine Aufgabe. Bist du jetzt hier fertig? Okay. Dann gehen wir jetzt... Guck mal. Wir verstehen uns ohne Worte. Das ist... Das ist hier so eine... Ne? In der Stellarbe-Verbindung. Ah, ne. Maxi-Fai. Ich hab dich verloren. Ja, gut. Was soll's. Oh mein Gott. Wait. Maxi und Paluten sind mir gerade entgegengekommen, wo die Leiche war im Dunkeln. Ich hab die nämlich ganz kurz nur gesehen. Äh, Maudado ist safe. Der ist gerade mit dem Reaktor. Ja, da war ich nämlich gerade auch, hab meine letzte Aufgabe gemacht und dann wollte ich runter zum Licht und dann ist mir Maxi und Paluten entgegengekommen und dann dahinter hatte ich die Leiche gesehen. Kurz bevor du in dieses... in die Mitte gehst, diese Dreieck da. Guck gut, das ist so ein ekliger, dreckiger Selfie-Partner. Das denke ich nämlich auch, weil das... Warum sollte ich das machen? Ganz kurz möchte ich auch sagen, also das Licht ist ausgegangen. Ich bin die ganze Zeit mit Maxi-Fai gegangen und wir haben auch Tasks gemacht. Also er ist zumindest einmal oben an die Dinger gegangen, ist immer wieder so... Er hat mir praktisch angezeigt. Wir haben uns ohne Worte verstanden, weil er musste Aufgaben oben machen. Ich wollte eigentlich Richtung Süden und es hat alles gefrischt. Maxi und Paluten waren genau zusammen und dahinter war eine Leiche auf einmal. Entweder hat Paluten die nicht gesehen, dass es aufgeblinkt hat. Nee, also bei mir blinkte nichts. Die hat auch nichts geblinkt. Die waren gerade links bei der Tür und haben... Also Maxi-Fai, wenn du das bist, dann bist du echt genial. Dann sag ich Respekt. Aber dann sonst würde ich sagen... Wie hast du gesehen, wie die Leute da ganz genau rumstehen? Ja, ich sag Fufu. Ah, jetzt bin ich hier wieder hier unten. Wo ist denn jetzt mein Pal-Maxi-Fai, Alter? Habt ihr vielleicht... Schreibt mal einen Shipping-Namen. Was wäre der beste Shipping-Name für mich und Maxi-Fai? Ah, das sind auch meine letzten Aufgaben hier. Ich muss hier die Kabel machen. Maxi-Fai, wenn du das bist, Alter, dann Respekt. Dann hast du es richtig gut gespielt. Also, jetzt ist hier zu. Ah, oh, guck mal. Wenn du das jetzt machst, Alter, das wäre halt so krank. Das wäre echt sick. Also, ich brauche nur ein bisschen länger, Maxi-Fai. So, dann können wir die beiden ja zusammen machen. Ich mache... Oh, nein. Scheiße, was denn jetzt passiert? Jetzt ist auch noch... Wie soll man sich denn so konzentrieren? Ja, let's go. Oh, er hat jetzt auch das schwere Rätsel. Ei, 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 ei. Jetzt habe ich aber oben noch mal eine Aufgabe. Oh, ja. Warum hast du dich jetzt nicht gescannt? Ich habe für dich gedrückt, weil du jetzt davor rumgetanzt bist. Du hast dich auch immer noch nicht gescannt. Ich habe mich kurz gescannt. Du hättest gucken können. Du kannst... Oh, oh. Man kann das Scannen abbrechen und neu anfangen. Und ich habe gedacht, warum bricht dir das ab? Leute. Ja, warum hast du dich nicht gescannt? Ne, ich vertraue dir nicht. Ich bin mit meinen Aufgaben fertig. Ich habe nur noch oben eine. Wer ist es denn jetzt? Keine Ahnung. Zombie hat gesagt, dass es Cracker sein könnte, ne? Ne, Cracker ist es unmöglich. Ich habe keine Ahnung. Also, ich bin hier zusammen mit Maxi Fye und es fühlt sich gut an. Maxi, kannst du mich kurz bewachen? Ich muss wirklich... Also, das klingt jetzt vielleicht fake, aber ich muss pipi. Ja, ja, ich bewachen. Alles gut. Okay, weil es drückt wirklich. Okay, Leute. Ich muss auch auf Klo. Kann mich auch hier mal beschützen? Ja, wunderbar. Da bin ich ja passend wieder da. Bonjour, Leute. Ich war gerade mit Menschen unterwegs. Ey, warte, wir waren doch alle auf dem Fleck gerade, oder? Ja. True, du bist tot. Du wurdest gerade erstochen. Was? Oh Gott. Ich habe meinen Report-Knopf gehämmert und es war auf jeden Fall Osaft da und ich glaube, Strawberry. Die muss ich einen Double-Kill machen. Wir sind safe. Ja, aber wen voten wir denn, Maxi? Ja, ich bin so, Osaft ist hundertprozentig. Osaft ist hundertprozentig. Ich glaube immer noch, dass es Maudado ist. Okay. Also, Osaft, ich bin mir ziemlich sicher, Wintercracker, du bist vorgelaufen. Ich bin vorgelaufen. Ich bin vorgelaufen zum anderen Ding. Also, ich war nicht da. Das heißt, wir waren nur noch wir drei. Also, ich kann mich nicht vergucken. Osaft, Strawberry und ich waren da oben und du warst ein Stück weiter vorne. Ich habe nur Maudado und Judy. Ich war True, Osaft, Strawberry und ich und die beiden waren es. Ich wot zuerst Osaft. Aber warte, okay, ich wot Osaft. Obwohl, wir hätten auch zuerst Strawberry gewogen können. Aber was ist, wenn es Maudado und Cracker sind? Ich bin es nicht. Cracker ist... Du gesagt Maudado. Hä? Maudado würde es nicht gescannt. Maudado würde es nicht gescannt. Ja, ich vote Strawberry. Maxi. Auf wen habt ihr jetzt gewotet? Ich habe Strawberry. Ich habe Bello gewotet. Wenn Maudado so überzeugt ist, dann... Ach so, okay. Okay, ja gut, das kann... Also es ist auf jeden Fall Strawberry oder Osaft. Okay, aber Strawberry hätte sich halt schritte schufen können. Maudado hat sich nicht geprüft. Denkt dran. Ach Leute, hört nichts auf sie. Sie will mich frame. Maudado ist es. Maudado. Nee, nee. Ich glaube nicht, dass es Maudado ist. Oh mein Gott. Der Double Kill. Lauf, Maxi. Maxi, lauf. Sie wollen den Double Kill. Sie wollen den Double Kill. Wir müssen reporten. Nein. Jetzt gleich kommt es. Jetzt gleich. Gleich klatscht es. Wo macht man das denn aus? Okay, Cracker... Cracker hat es ausgemacht. Okay, Cracker nicht. Oh! Reported. Wer ist jetzt gestorben? Es ist er. Ja, dann muss es Osaft sein. Seid ihr euch da sicher, Leute? Ich möchte mal nicht sagen, Leute. Könnt ihr euch mal ganz tief in die Augen gucken? Ja. Ja. Und mir dann sagen, ob ihr wirklich beide unschuldig seid. Ja. Ich muss nämlich sagen, Maxi ist ultra verdächtig. Ja, Maxi ist ultra verdächtig. Also ich finde es... Ja, gut. Also Palmexify haben den... Also wir haben den Fall gelöst. Also ich würde skippen, Leute. Genau skippen und dann nach... Und dazu bin ich dafür, euren Namen in Max Luton zu ändern. Das klingt irgendwie besser als... Max Luton. Palmexify. Klingt irgendwie so nach so einer Pflegemarke irgendwie. Ja, I guess GG. Aber ich muss sagen, das ist ein bisschen sad, dass ihr mich jetzt gewartet habt, Leute. Ich fühl mir leid. Ja. Let's go. Ah, okay. Die Situation mit dem Scanner war ultra korrig. Ja, ich musste so lachen. Hä? Strawbelly, bist du einfach in die Masse rein? Ich bin in die Masse rein und hab deinen Kopf abgerissen, ja. Er hat den Kopf abgerissen in der Masse. Okay, Leute. Das war's mit der heutigen Folge von Among Us. Hier sind noch Videos verlinkt. Genauso wie der Wow, der Team Paluten-Kanal. Schaut euch gerne mal vorbei. Da lade ich täglich neue Reactions hoch. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da sind auch die ganzen anderen verlinkt. Da kommt ihr auch zu Mini-Paluten. Und jetzt, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.